Was hat mich so verletzt? Wer hat mir ins Revier gepinkelt? Und wie schaffe ich es, Grenzen zu setzen? Hallo und herzlich willkommen hier bei SelfMedDoc, selbstbewusst gleich kerngesund. Mein Name ist Carmen Maria Poller, ich bin Coach und Buchautorin und ich begleite Menschen dabei, ein bewusstes Leben zu führen und vor allem die richtigen Entscheidungen zu treffen für das eigene Wohlbefinden. Ja, Blasenentleerungsstörungen. Ich komme mal direkt zum Punkt, was damit gemeint ist. Es ist damit gemeint, dass man sich nicht gut erleichtern kann, dass man nicht gut Wasser lassen kann. Und wenn, dann kommen nur ein paar Tröpfchen und irgendwo bleibt alles noch da, wo es ist. Und das Ganze kann natürlich dazu führen, dass der Unterleib vielleicht geschwollen ist, dass es zu Schmerzen kommt. Und natürlich kann auch ein Resthahn in der Blase wiederum bakterielle Infektionen nach sich ziehen. Die ganze Sache ist also gar nicht schön und auch mit Unwohlsein und Krankheit empfindlich gleichzusetzen. Lassen Sie mich an dieser Stelle direkt betonen, dass natürlich ich hier keinen medizinischen Rat gebe, sondern ich schaue darauf, was symbolisch und emotional dahinter stecken könnte. Denn eine Blasenentleerungsstörung kann natürlich auch als Ursache eine Erkrankung haben. Es kann eine Infektion im Blasen- oder im Genitalbereich vorausgegangen sein. Es können Fremdkörper eine Rolle spielen. Es können Tumore oder Blasensteine eine Rolle spielen. Prostatavergrößerung. Es kann neurogene Ursache dahinter stecken. Zum Beispiel eine Rückenmarkschädigung oder Problematik mit der Bandscheibe. All das kann dahinter stecken und da ist natürlich dann auch ein medizinischer Rat sinnvoll, wenn Sie da stark von betroffen sind. Doch an dieser Stelle geht es darum, kann es auch noch eine andere Sichtweise auf die Dinge geben und was hat es mit unseren Gefühlen zu tun? Tja, und symbolisch betrachtet ist es so, bei einer Blasenentleerungsstörung, dass wir uns einfach mal anschauen, was hat das mit dem Wasserlassen auf sich. Wenn es also gut fließt, optimal fließt, sage ich mal, dann ist alles gut. Wenn es einfach nur fließt, ohne dass wir was festhalten und wir lassen sozusagen zu viel los, das wäre dann so ein Fall von Inkontinenz und der andere Fall ist das Festhalten, das zu straffe Festhalten. Es gibt Anspannungen, es wird eng gemacht, es wird festgehalten und das ist zu stark und man kann sich nicht richtig entleeren. Und wenn wir da jetzt mal näher hinschauen, dann hat das Loslassen immer etwas mit der weiblichen Energie zu tun und das Festhalten mit der männlichen Energie. Und was wir da festhalten, sind natürlich auch Gefühle. Und diese Gefühle, die wir festhalten, die wollen wir nicht nach außen zeigen oder wir können es nicht oder wir sind uns gar nicht bewusst darüber, was wir eigentlich fühlen. Wir sind uns der eigenen Gefühle gar nicht so bewusst. Wenn wir mit einer Blasenentleerungsstörung zu tun haben und können uns nicht erleichtern, dann ist es oft so, dass unser Revier verletzt worden ist. Und bevor ich dazu komme, was so eine Revierverletzung eventuell sein kann, lassen Sie mich einen kleinen Ausflug in die Tierweltunternehmen zu den Hunden. Vielleicht haben Sie einen Hund. Ich hatte Hunde und ich hatte einen Rüden, ich hatte auch ein Weibchen und bei den Rüden kennt man es ganz besonders. Die markieren ihr Revier. Das heißt, die entleeren sich nicht ganz, die halten immer etwas zurück und dann setzen die überall ihre Duftstoffe sozusagen ab, um zu sagen, das hier ist meins, hier kommt keiner rein. Die Mädels haben das etwas weniger an sich. Wenn wir das jetzt mal auf uns Menschen übertragen, dann ist es so, dass auch hier oft auf der weiblichen Seite zu sehen ist, dass Probleme damit existieren, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen und sich auch zu behaupten, aber natürlich nicht durchgängig, weil, und jetzt kommt es, die weibliche und die männliche Energie ist in jedem von uns und günstigstenfalls ist sie in einer Ausgewogenheit, die uns gut tut und die uns auch körperlich gut tut und deswegen fühlen wir uns dann auch gesund. Und wenn das nicht ausgewogen ist und ist sozusagen aus dem Gleichgewicht geraten, dann kann es zu Gleichgewichtsstörungen kommen in Form von körperlichen Störungen, Befindlichkeitsstörungen, wie hier die Blasenentleerungsstörungen. Denn hier ist die männliche Energie sozusagen auf ihr Wegen, wird nicht eingesetzt in dieser Form. Es wird zwar kontrolliert und sich festgemacht und hart gemacht und das ist dieser Schutzmechanismus, der dann wieder einsetzt, aber das ist sozusagen die falsche Richtung. Die richtige Richtung in diesem Fall ist es, dass das einhergeht mit der weiblichen Energie und dass wir das loslassen können, was wir loslassen wollen und das festhalten, was wir festhalten wollen. Ja, die männliche Energie, sie steht auch für die Aktivität, für die Entschlossenheit, für das Durchsetzen und ganz klar auch für das Grenzensetzen. Und wenn eine Revierverletzung stattgefunden hat, dann sind unsere Grenzen überschritten worden. Dann sind wir verletzt worden. Was kann das zum Beispiel sein? Das kann zum Beispiel sein, dass Sie einen Chef haben. Ich mache jetzt einfach mal so willkürliche Beispiele, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, was kann stattgefunden haben. Sie haben einen Chef und dieser Chef hat Sie irgendwo klein gemacht, hat nicht wertschätzend kommuniziert, war vielleicht auch nicht ganz respektvoll und das auch alles noch im Team, in der Gruppe. Sie haben sich nicht richtig zur Wehr gesetzt. Sie haben nicht gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Sie tragen das mit sich rum. Und anstatt das dann irgendwo tatsächlich in der Realität zu bearbeiten und umzusetzen, machen Sie sich andersweitig irgendwo fest, spannen andersweitig irgendwo an. In diesem Fall lassen Sie den Gefühl nicht freien Lauf und es kommt zu dieser Blasenentleerungsstörung. Oder ein anderes Beispiel, dass Sie innerhalb der Partnerschaft verletzt worden sind. Es gab einen Verrat oder es gab einen Betrug. Vielleicht auch wieder nah dran an einem Revier, in Anführungsstrichen, zum Beispiel innerhalb des Freundeskreises, dass da irgendwo was passiert ist und Sie haben eine starke Verletzung empfunden und haben auch das nicht aufgearbeitet, sondern sind vielleicht dann auch den Weg des geringsten Widerstandes gegangen oder halten einfach still und ducken sich und lassen diese Grenzüberschreitung zu und zack kann es zu diesen Blasenentleerungsstörungen kommen. Das ist wie gesagt eine Sichtweise auf die Dinge, eine von ganz ganz vielen und sie soll lediglich eine weitere Gedankenanregung für Sie darstellen. Ja, was können Sie tun? Wie kann man jetzt mit so einer Sache umgehen? Ich möchte Ihnen gerne drei Tipps da an die Hand geben. Das erste, was wichtig ist, ist im Grunde genommen eine Bewusstmachung, eine Bewusstheit über die Dinge, die Sie tatsächlich auch verletzt haben. Denn oft ist uns das ja gar nicht bewusst. Das heißt, der Körper reagiert immer dann, wenn wir den Ruf der Seele noch gar nicht richtig verstanden haben. Das heißt, uns ist das Gefühl, was wir eigentlich haben, was wir eigentlich spüren, die Verletzung, die ist uns gar nicht bewusst. Und da ist es wichtig, sich wirklich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, okay, was hat mich denn so verletzt? Wer hat mich verletzt? Wer hat meine Grenzen überschritten? Und wenn Sie das herausgefunden haben, dann versuchen Sie die Situation einmal zu analysieren, indem Sie auch mal aufschreiben, was möchten Sie denn loslassen und was möchten Sie festhalten? Schreiben Sie das auch gerne auf, damit Sie das erkennen, was es sich lohnt, festzuhalten und wo es besser ist, dass Sie es loslassen. Loslassen kann einmal bedeuten, dass Sie klare Entscheidungen treffen und Menschen aus Ihrem Leben entfernen oder Situationen aus Ihrem Leben entfernen und loslassen kann aber auch bedeuten, dass nicht die äußere Situation verändert wird, sondern dass Sie etwas Altes in sich loslassen müssen. Einen alten Glaubenssatz beispielsweise, der Ihnen das Leben diesbezüglich schwer macht. Meine zweite Anregung für Sie ist, dass Sie die weibliche Energie, die quasi mit der Entspannung zu tun hat, irgendwo stärken. Denn was ganz wichtig ist, ist, dass Sie diese Verspannung und dass Sie sich nicht erleichtern können, nicht weiter befeuern, indem Sie sich weiter der Situation aussetzen oder sich mit Menschen umgeben, die diese Situation befeuern, sondern gönnen Sie sich Ruhe. Gönnen Sie sich Ruhe, indem Sie für sich sein können, indem Sie meditieren, indem Sie Spaziergänge machen, indem Sie sanfte Musik hören. Versuchen Sie alles zu tun, was auch Ihren Körper entspannt und entkrampft. Das kann auch durch Ernährung passieren oder durch Nahrungsergänzungsmittel. Magnesium zum Beispiel ist etwas Entkrampfendes und da schauen Sie noch mal, da recherchieren Sie noch mal, was kann Sie noch entspannen und entkrampfen, dass es einfach besser fließt. Ja und das dritte, was zu tun ist und das ist einfach dann wichtig, wenn es darum geht, zu schauen, wo muss ich eine Grenze setzen, wo muss ich ganz klar Nein sagen, dass Sie sich selbst stärken. Das heißt, Sie gehen in die männliche Energie und stärken sich selbst, indem Sie Ihr Selbstbewusstsein stärken. Dazu gibt es noch jede Menge andere Anregungen und auch Videos, die ich gemacht habe hier auf YouTube. Das heißt, da geht es oft um solche Dinge, die eigenen Stärken zu stärken und natürlich aber auch umgekehrt. Das heißt, nicht nur Gedanken und Gefühle wirken sich auf unsere Körperlichkeit aus, sondern unsere Körperlichkeit wirkt sich auch auf Gedanken und Gefühle aus. Das heißt, Bewegung und Sport kann Sie natürlich dann auch in einen besseren Zustand versetzen. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle den Tipp des Powerposings geben, das heißt, wo auch eine Körperlichkeit Auswirkungen auf Gedanken und Gefühle hat. Und dazu verlinke ich Ihnen ein Video unten in der Infobox zu dem Vortrag der Sozialpsychologin Amy Cuddy. Da geht es um diese Powerposen und das sind so Powerposen, so Siegerpose oder die Hände in die Hüfte. Schauen Sie sich das einfach mal an und diese Posen braucht man 20, 30 Sekunden nur halten. Das können Sie still und heimlich tun und es hat eine Auswirkung. Es ist also dabei rausgekommen, dass bei diesen Powerposen, wenn man das macht oder wenn man das regelmäßig macht, der Cortisol-Spiegel, das ist das Stresshormon, sinkt und der Serotonin-Spiegel, das ist das Glückshormon, steigt. Es lohnt sich mal, das auszuprobieren. Auf jeden Fall lohnt es sich, mit der Körperlichkeit auch ein bisschen zu spielen, um in einen mental besseren Zustand zu kommen. Probieren Sie es aus. Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute und dass bei Ihnen alles gut fließt. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und wenn Sie diesen Channel abonnieren und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie schön im Gleichgewicht. Ihre Karm Maria Poller Karm Maria Poller Karm Maria Poller Karm Maria Poller